So, jetzt fahren wir noch auf die dritte Tour heute. Das ist die Abschlusstür für heute, weil ich noch ein bisschen Restakku habe. Gemütliche 370 Höhenmeter, das schaffen wir. Bisschen wir da rüber, das ist die schöne Straße. Oben gehen wir dann auf der Alm. Dann machen wir wieder eine Einkehr. Aber nur was Gernes, weil es bald Abend ist. Ja, Panorama ist immer noch schön. Das ist jetzt also die vierte Tour, die wir machen. Eine entspannte Tour zum Ende. Wetter wie immer grandios, Panorama grandios. Wetter. 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 Das war's für heute. Unterberg. Yo. Aktie Yo-Kennzeichen. So, wo geht's dann noch rauf? Sagenweg und Bärenweg. Das war's für heute. 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 Das war's. Bis zum nächsten Mal. 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 So schön. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.